Hallo zusammen und seid herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo von Eis, das es hier noch nie auf diesem Kanal gab. Und zwar No Moo Eis. Eis ohne Moo, sprich ohne Kuh. Veganes Eis, jeder Sorte Apfel, Zimt mit gehackten Walnüssen. Auf einen Wunsch vom guten Timo schauen wir uns das jetzt hier mal an und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich bin sehr gespannt. Ich muss mich gegebenenfalls, was heißt gegebenenfalls, ich muss mich direkt vorne weg für ein bisschen Bohrgeräusche hier entschuldigen, die bohren hier überall am Haus rum und leider ist das jetzt so. Das Eis ist schon angetaut, deswegen muss das jetzt reviewt werden und jetzt fangen sie gerade an hier. Unfassbar. Also, der gute Timo, der ist ja Patreon-Unterstützer bei mir und der wünscht sich dann regelmäßig mal Reviews und dann sage ich mir so, jo klar, kaufe ich gerne, denn ich muss sagen, ich bin ja jetzt nicht so der Käufer von veganem Eis, wobei eigentlich schon, ich kaufe ja schon so ziemlich viele gerade bekannte Produkte, aber meistens sind eher so Ben & Jerry's oder so und das hier hatte ich gar nicht auf dem Schirm, obwohl ich hier schon mal probiert habe. Sprich, ich hätte es jetzt erstmal so direkt gar nicht gekauft, weil ich es, um es direkt mal vorne weg zu sagen, mit 6 Euro relativ teuer finde für so eine Art Eis. Ich komme gleich darauf zu sprechen, aber er sagte, kauf es doch mal, probiere es, teste es doch mal. Ich so, jo, bin ich los und habe es geholt. Erstmal danke Timo und dich für die Unterstützung über Patreon und danke für diesen Tipp. Es könnte sehr lecker werden und ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm. Wobei ich muss auch sagen, selbst wenn ich nicht der größte veganen Eiskäufer bin, Eis kaufen ist eigentlich immer gut und so ein Fruchteis kann ja auch sehr lecker sein. Wir denken da an das Eis von Indi und Pippa aus Slowenien. Das war ja auch verdammt gut. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie dieses Eis jetzt hier wird. Ja, wir fangen einfach mal an. Wir gucken mal, was hier draufsteht. Probier es mal mit Gemütlichkeit. Nichts könnte heimeliger sein als Apfelzimteis, eingekuschelt mit den Liebsten zu genießen. Hier ist gerade keiner, deswegen werde ich das gleich allein probieren hier in meiner Butze. Dennoch ist Eile geboten. Dieses Eis geht flotter weg als Omas Apfelkuchen. Hergestellt aus etwa 1,5 Äpfel in diesem Eis. Wir gucken uns den Bäcker jetzt mal zusammen an und ich bin sehr gespannt. So, da ist es, das No-Moo-Eis und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt. Direkt vorne weg, ich mache den Deckel schon mal ab und das hier hatte ich auch schon mal abgezogen, damit es antauen kann. Ich fand aber diese Packen hier ganz witzig. Schnipsel Nummer zwei. Ich denke mal, es sind so kleine Storys, die sie dann erzählen. No-Moo's verpacken war nicht immer so schön. Der erste Prototyp wurde schlafenden Mitbewohner in einer Tupadose präsentiert. Das Innere zählt. Finde ich ganz witzig. So sieht das Eis aus. Hier hängt noch ein bisschen Papier. Und man sieht auch, dass das hier wirklich eher ein Fruchtsorbet ist. Das sehen wir auch genauer, wenn wir hier auf die Zutaten schauen. Wir haben 52% Apfelpüree, wir haben Rohrohrzucker, Wasser, Inulin. Das bindet so ein bisschen, oder Inulin ist auch ein Ballaststoff. Hilft auch so ein bisschen, das Ganze vom Mundgefühl schöner zu machen. Wir haben Walnusskerne, 2,5%. Wir haben Zitronensaft, Akazienfaser. Wahrscheinlich auch so ein bisschen zum Andicken, schätze ich mal. Habe ich so tatsächlich noch nicht gesehen. Unter Vorbehalt. Wir haben Zimt drin. Wir haben Verdickungsmittel, Guacamele, Johannesbrotkamele. Das Ganze ist maßgeblich für die Konsistenz des Eises mitverantwortlich, diese Verdickungsmittel. Ja, dass es auch so ein bisschen vom Mundgefühl angenehmer ist. Das Ganze, wie gesagt, deutlich in Sorbet. Die haben auch andere Eissorten. Und wir gucken einfach mal direkt auf die Webseite. Dann kann ich euch die zeigen. So, wir sind jetzt hier mal auf der NoMoo Webseite. Und da könnt ihr euch natürlich alles genauer durchlesen. Da haben sie auch so eine Art, jetzt ja, wo sie über sich erzählen, Verantwortung. Also das, meinetwegen erzählen sie auch von den Bechern, dass sie nur aus pflanzlichen Produkten gemacht sind. Also kein Plastik drin und so weiter. Aus Maisstärke der Deckel oder irgendwie sowas. Zumindest aus Maisstärke war da auch irgendwas. Ich habe das jetzt nicht alles hundertprozentig genau gelesen. Ja, hundertprozentig ehrlich und hundertprozent NoMoo. Jede Firma sagt ja von sich, dass sie irgendwie gut ist. Von daher, ja. Aber de facto ist hier sicherlich einiges besser als woanders. Apfel-Zimteis haben wir hier im Test. Dann gibt es jetzt aber auch noch zum Beispiel gebrannte Mandel-Eis-Hallöchen mit 40 Mandelkernen. Und ich habe die Zutaten überprüft. Da ist wirklich ordentlich auch was drin bei den Sachen. Vierfünftel Mango. Und die sind ja wirklich groß. Himbeereis. 60 Himbeeren in so einem Eis. Das ist schon krass für so ein großes. 200 schwarze Johannisbeeren. Ich glaube, wenn man hier drauf guckt, sieht man hier auch bei den Zutaten irgendwo. Da kann man sich zu jedem Eis noch ein bisschen was durchlesen, was da drüber steht. Also sie haben sich schon Mühe gegeben. Hier, 50% schwarze Johannisbeere-Püree. Also da ist schon ordentlich was drin. Dann gibt es hier noch Kokosnusseis. Das würde mich auch interessieren. Das wäre sicherlich auch noch geil. Vielleicht endlich mal gutes Kokos-Eis. Erdnusseis. Das habe ich schon mal probiert. Das war echt lecker. Dann gibt es noch Kakao-Eis. Das war auch wirklich recht gut. Vor allem dafür, dass halt, wenn man hier auch noch mal auf die Zutaten guckt. Das ist ja mal ein bisschen was anderes. Kakao-Eis. Wir gucken auf die Zutaten. Achtung. Aber ist eben kein Milchersatzprodukt oder so drin. Sondern wirklich, okay, hier, doch Kokosnussmilch. Da habe ich mich vertan, bei den meisten anderen Sorten war es nicht so. Hier hatten wir Kokosnussmilch drin, aber auch gar nicht mal so viel. Wir sehen, es ist weniger als 12%, weil ja der Kakao bei 12% ist. Also nicht so viel. Man sieht es auch hier an den Nährwerten, dass da wirklich nicht viel Kokosnussmilch drin ist. Und man sieht es auch am Fettgehalt. Es ist wirklich wenig, aber trotzdem hat es eine schöne Konsistenz gehabt. Ja, also wie gesagt, die haben jetzt auch nichts, was so in Richtung Milchersatz geht, wie Hafer oder Soja, sondern eher alles so Fruchteise. Hier jetzt auch eins, was wirklich so, ich sag mal, recht schlank ist und wirklich deutlich durch Apfel und Zucker quasi geprägt wird und die Walnusskerne. Wir haben 107 Kalorien pro 100 Milliliter. Wir haben hier 500 Milliliter drin. Der Becher wiegt 340 Gramm. Ja, ungefähr mit Packung, also so ungefähr 340, 348 mit Packung, ungefähr 340, 335 Gramm Inhalt. Also auch viel Luftzuschlag. Und wie gesagt, 6 Euro. Deswegen, ich finde den Preis schon recht happig. Es ist aber halt auch bio. Es ist vegan. Von daher, okay, diese Produkte sind so teuer. Wobei ich persönlich, ich sag jetzt mal, für so ein Sorbet-Eis 6 Euro ist es halt nicht wenig. Aber das will ich jetzt gar nicht hier direkt verteufeln. Es ist bio und das kostet eben halt. Gut, und dazu muss man natürlich auch sagen, die so kleinere Firmen haben natürlich jetzt auch nicht solche riesigen Gewinnmargen wie große Firmen. Sprich, wenn ein Ben & Jerry's ein Eis für 6 Euro rausbringt, wo jetzt zwar ein bisschen Fairtrade drin ist, aber sonst nichts, verdienen die deutlich mehr. Selbst wenn die jetzt, sag ich mal, mehr reinpacken wie tierische Produkte und Keks und so. Ich denke, von daher, die müssen ja wahrscheinlich auch was verdienen. Trotzdem, 6 Euro ist eine Ansage. Das darf man halt auch nicht vergessen. Packungsdesign finde ich ganz simpel. Die anderen Becher sehen auch so aus. Das ist halt wirklich Pappe. Aber so steht das, was drin ist, hier im Mittelpunkt. Vollkommen pflanzlich. Von der Tür ist laktosefrei. So weit, so gut. Ich würde sagen, jetzt gilt es mal, das Ganze zu probieren. Lustige Geschichte nebenbei übrigens. Die wollten nicht mit mir kooperieren quasi, dass sie so für die Eis teste und die mir das halt stellen, weil ich quasi nicht zu deren Zielgruppe gehört und die Leute von mir nicht deren Zielgruppe sind, wie auch immer. Da denke ich mir, hätten sie mal auf meinem Kanal gesehen, hätten sie gesehen, dass ich schon hunderte Eis getestet habe, auch vegane und dass die meisten Leute, die meine Videos gucken, Eisfans sind. Sprich, es wäre doch eine Zielgruppe gewesen. Aber klar, wenn man sagt, wir wollen nur Veganer ansprechen, dann ist es A, irgendwo komisch, denn man will ja auch veganes Eis normalen Menschen, oder was heißt normalen Menschen, nicht Veganern schmackhaft machen und nicht nur Veganern. Versteht ihr? Also irgendwie ist diese Aussage so ein bisschen unsinnig gewesen. Ich denke, die haben auch einfach gar nicht mal vernünftig geguckt. Nichtsdestotrotz, hier ist es jetzt, dank Timo. Und jetzt wird es probiert. Und man sieht es schon mal ganz interessant, zumindest wenn man die Erfahrung hat, dass hier wirklich mit den Bindemitteln diese Konsistenz gemacht wird. Das sieht man einfach, dass das halt nicht nur Apfel ist, was gefroren ist mit Luft, sondern diese Bindemitteln. Die sind auch dafür wichtig, dass da Luft drin bleibt. Das ist jetzt auch hier keine Kritik, das gehört halt dazu, wenn man solche Eisen mit einer guten Konsistenz haben will. Aber deswegen, das habt ihr vielleicht gerade gesehen, sieht es auch so recht cremig aus. Das liegt eben an diesen Stoffen, die da drin sind. Ich probiere jetzt einfach mal und bin sehr gespannt. Apfel, Zimt könnte egal sein. Krass. Das schmeckt wie Apfelmus mit Zimt. Lecker. Gut. Also das war schon mal die erste Bissen, war schon mal sehr interessant. Die Konsistenz ist schon halt klar. Es ist halt kein Fett drin, keine Sahne oder so. Es ist wirklich nur Frucht mit Bindemitteln. Man schmeckt das, dass es, ich sage es mal, dünner schmeckt. Aber der Schmelz ist gut für so ein Eis. Relativ luftig. Auch doch eine gute Zimtnote. Wie geil das Eis hätte werden können, aber auch, wenn man so Sahne, Sojasahne oder sowas reingemacht hätte. Sondern so Apfelzimt, statt halt nur das Apfelpüree. Aber auch so ist es lecker. Das schmeckt mir gut. Es ist recht süß, aber nicht zu süß. Man sieht auch wirklich, dass da was drin ist. Das sieht man ein Stüppchen hier. Die Walnusskerne sind ja eh nur 2,5%. Die hat man hier nur so als kleine Stücke drin. Da kriegt man eher weniger von mit. Doch, das ist lecker. Schmeckt jetzt nicht säuerlich. Also der Apfel, der ist so, also ein bisschen säuerlich ist es. Aber ich denke, es gibt säuerlichere Äpfel. Doch, das hat wirklich was. So, also wie gesagt, es hat wirklich was. Und ich muss aber halt auch sagen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich finde, dass das ausreicht für 6 Euro. Nicht jetzt geschmacklich, aber es ist halt nur gefrorenes Apfelmus mit Zimt. Ja, versteht ihr, was ich meine? Andererseits hat man hier wirklich, insofern ich das beurteilen kann, qualitativ, bio eben und von den Zutaten her wirklich viel Apfel drin, Zimt drin, Weinungsstückchen, schon ein gutes Eis. Also es ist das schon wert, nur es ist halt meine persönliche Meinung, dass mir das, ähm, ich fände 5 Euro schöner. Aber ich will auch nicht nur aufs Geld drauf gehen, denn vegane Produkte und gerade so, ich sag mal, Bio-Produkte sind teuer und da ist es halt im Rahmen von, da ist es völlig in Ordnung, sich dann zu kaufen. Und was halt wichtig ist, es schmeckt auch. Es ist halt jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist jetzt für mich irgendwie so wirklich so ebenbürtig, äh, geschmacklich wie so ein veganes Ben & Jerry's oder ein veganes, ähm, ähm, mh, Rewe-Fake-Vegan, was halt gerade mal irgendwie 3 Euro kostet oder 4 Euro war's, glaube ich. Ähm, die sind deutlich besser, meiner Meinung nach. Ähm, es ist auch ein schlechter Vergleich. Die wollen, Nomo will auch gar nicht mit denen konkurrieren, die wollen Fruchteis machen und das machen sie sehr gut. Man muss auch sagen, dass es wirklich mal etwas ganz anderes ist, ein richtiges Apfel-Eis rauszubringen. Apfel-Zim kenne ich so gar nicht. Allgemein kenne ich eigentlich kein Eis, äh, äh, was mit Apfel ist, außer mal Oh My Apple Pie von Ben & Jerry's, was ja leider nicht mehr gibt. Ich habe Apfel mit drin. Und so ein richtiges Apfel-Sorbet, das ist auch mal was ganz anderes und die Idee finde ich toll. Das Eis schmeckt gut, deswegen, wenn ihr mal ein bisschen anderes Eis ausprobieren wollt, oder auch sagt, ich ernähre mich sowieso vegan, ich brauche Eis-Alternativen, probiert das auch gerne mal aus. Ich habe das bei Dens Biomarkt gefunden, soll es aber auch in manchen anderen Shops geben. Es gibt, ähm, einen Shop-Finder, bei dem er auf der Webseite, der hat tatsächlich auch funktioniert, nur bei mir hatte nicht jeder Laden genau diese Sorte. Und der Team hat sich genau die gewünscht, deswegen musste ich drei Läden erst abklappern. Hm, ja, könnt ihr rausfinden, wo es das No-Moo Eis gibt. Web-Shop haben sie auch, da könnt ihr also auch mal reinschauen. Und, ähm, doch, es ist schon lecker, aber es ist kein Vergleich zu so, ich sage jetzt mal, klassischer Eiscreme oder so und das dann vegan. Es ist ein Fruchtsorbet, was aber halt wirklich in dem Fall hier auch recht lecker ist, oder was heißt ziemlich lecker, es ist Apfel, es ist Zimt, ein bisschen mal Walnuss hätte drin sein können, finde ich noch so vom Geschmack, ähm, aber ansonsten ist das gut. Und, ja, überraschend intensiv trifft es auf jeden Fall auch, was den Apfelgeschmack angeht. Es ist feines Eis, das No-Moo Apfel-Zimt-Eis. Ja, das soll es gewesen sein, gerne könnt ihr mir eure Erfahrungen mit veganem Eis in die Kommentare schreiben, vielleicht habt ihr auch schon mal No-Moo probiert. Wie findet ihr dieses Eis? Würde es euch interessieren? Oder sagt ihr so, nee, da kaufe ich mir lieber veganes Bell & Jerry oder so, ähnlich. Ähm, schreibt es mir in die Kommentare. Ich danke Timo dafür und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald und ciao.